Hit Radio FFH sucht Hessens Next Top Witz. Ein Betrugener streicht mit der Hand über die Dächer der geparkten Autos. Was machen Sie da? fragt ein Passant. Ich suche mein Auto. So werden Sie es doch nie finden. Doch, da ist ein Blaulicht drauf. Hessens Next Top Witz. Jeden Morgen bei Hit Radio FFH. Und was ist dein Lieblingswitz? Schick ihn uns per WhatsApp Sprachnachricht. 069 1972 5 067 053 053 053 055